Hallo, hallo Leute, ich bin ein Star und ich bin hier gefragt, wo ich mich hier raus möchte. Kennt ihr das Lied schon vom Star, der raus möchte? Ich bin ein Star, ich will hier raus, yeah, ich bin ein Star, lasst mich hier raus, hey, yeah. Also, aber das ist egal, ich bin ein möglicher Star und ich weiß gar nicht, wie komme ich hier eigentlich? Aber es ist also nicht für so, okay, das ist so wichtig, es sei alles, es ist so eng, ich kann hier gar nicht so richtig, irgendwie weiß ich gar nicht wo, was ist das denn hier? Wieso geht das hier nicht raus und ich mache hier nicht weiter und hier ist es total eng, aber ich sage es noch, all diesen Zwang, du solltest du auch machen, ich singe mich vor, Ich bin ein Star und ich bin ein Star und ich bin hier raus, ja, ah, tschüss Herr, tschüssісана, tschüssahaha, tschüssesta und ich bin ein Star und ich will alle, allesig ist Episode vor, also wie komme ich hier raus. Hey what are you oneitution? – Ich bin ein Star und ich bin ein Star. Ich bin ein Star, ich muss hier raus. Ich bin Star. Ich muss hier raus.